das ist doch wir müssen wir dazu über die mauer eigentlich einfach nur keine lust zu schwimmen also machen wir ihn hier zack hallo echt keine fähigkeiten die kümmerung ist draußen und gucken auf jeden fall auch noch ein pg vermutlich mal mit einem weg ins nächste ach so der weg ist nicht so lange ja vier und fünf stand er dort kann man gucken wir gucken uns das mal an der ruhe füllen nö wo ich bin bloß wenn ich anfangen mit sachen der griechischen lust heute nur so eine kleine dose die ist aber schon fast lernen und dann bestimmt mal zwischendurch mal zwischendurch was zu trinken und hier geht es schon noch das immer vor die jungen alle geht zu vier und fünf vier das ist also wieso dort spiel und die fünfte und planet da gehen wir jetzt noch nicht hin da will ich mich mal selber noch nicht ich kenn es überhaupt nicht 0 ich kannte als ich angefangen mitspielen gar nichts er ist mir aber vorher schon hier fehlt uns noch die die hinsen und kümmern und nicht schild an dem pg als gedacht aber damit Kameras können wir noch nicht jetzt kommen aber hier wieder hoch achten hier wollen wie kommen wir an dem pg bleibt mir vom leib der hässlichen wiesen wir haben die sterben man hat mich nicht immer im Kring, Kung-Fu-Klick Ey! Freiheit! Nein! Ach du liebes bisschen, wenigstens hat er kein Stockholmsyndrom entwickelt äh Komm her du! Was zurück? Ich kann Origami! Ja, gib dir gleich Origami du! Wie gehen wir denn? Ich will den Peiji haben! Gib mir den Peiji! Der war noch dran! Jette! Mann! Ja, noch nicht alles vom durchgeknallten Körkurve gehört! Was? Mit mir auch ja! Ähm Wohin da hinten noch einmal? Hallo! Huck! Huck! Das ist Schild zu Welt 5! Ah, das ist bestimmt... Ah, okay, das ist nach Abkürzung! So! Äh... Und ich überleg gerade... Doch! Wo war denn das? Wie soll immer wöre denn das hin? Auf er war verraten Da war doch so ein... ein Knopf... hinter dem Gitter Ja Was war da von Abkürzung? So, äh... wo ist die andere Seite? ... ist Abkürzung ich arbeite jetzt erst mal mehr treiben genau dann machen wir das mit dem uns schon fast mit vier bettungen obwohl es mich halt auch hier müssen wir hinweist wird bei ich kenne ich gesehen und ich habe gesehen ich weiß nicht wie gesagt wir haben aber ich habe dann wollen und fällt auch noch die Münze die würde ich gerne finden und das würde ich immer gleich mitnehmen und nur wie jeden Fall noch mal gucken aus dem Werk Jürgen da kommt man hoch wo man da geht sind um jetzt müssen sehen dahin und dahin ja jetzt zur nächsten Welt was ist da ach so das ist das wo wir und unter Wasser gekommen waren man kann also nicht richtung welt 54 wenn man nicht im welt 3 war das ist das schmarrer zu wissen ihr braucht acht von uns bätschern 38 mal vorhin das trauerlabyrinth den trauerlabyrinth zum warum wenn man hier zwei gut wo es jetzt schön ist ein neues gibt für uns Errung schaffen nicht kleckern sondern klotzen und ab geht's Ja geil Ich bin klar was zu trinken Was Echse nutzt und Pages um die Welt toller zu machen? Weiter Herausforderungen warten Ich hab gar keine Übersicht doch jetzt Ach jetzt geht's hier lang Auf jeden Fall geht's jetzt zum Alter was sind alles wieder dazu gekommen Krass Umsterletze Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Lalalalalala Das ist das Krass Wie viel hier aber auch wieder einmal dazu kommt ne Das ist schon echt Und zack Dankeschön So der Weg wo war das Das war auf jeden Fall draußen Hinten Wormittabend 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 So Hier ist draußen Pils Mein erstes Büro mit Dach Nein Hallo 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 Ob man die besiegen kann und der man ringsrum rennt Wäre eine schöne Hommage an äh Super Mario 64 mit den Augen An Super Mario 64 mit den Augen Was fehler für ein Errungenschaft All Simple und Wormittabend Der Kinkler ensemble Mann um die festhalten sich in Zukunft kein Netzpläser machen kann denn nicht und ist die die Screenshots Prozent aller die mal auf einem Stil und wir vorbeigeschaut haben die wissen dass ich finde ich ein Spiel so normal spiele die eigentlich schon fast um ja F12 vergewaltigt zwischen uns ich finde es egal so Prozent die Screenshots die ganze Story überzumachen und fast schon das doch immer die Screenshots bei der Könnte und so ja ich habe es schon teilweise Spiele habe ich über 200 300 Screenshots und insgesinnt mit Ruhe und 400 Screenshots schon okay mal so hoch ich weiß absolut nicht wo es hingeht über das hier tun aber machen wir einfach mal ja so Nummer zwei jetzt kommen wir hier hoch jetzt können wir das rausziehen und ziehen ich finde es ziemlich eklig dass er das anders anleckt aber das ignorieren wir jetzt mal ganz gekonnt hoch hoch wie und jetzt also dass ich vermute dass wir hier hochkommen da drüben was warum bin ich jetzt dann komme ich da nicht rüber oder ist ja viel zu weit okay ist nicht zu weit gut 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 ich kann überblick verloren wir sind aber die pflanzen und dann hätten einfach hier lang gehen können wir kommen da einfach ich gehe mal zurück ich will als erstes mal gucken wir dass wir der reihe nach besucht man dann vielleicht auch nicht wieder stunden lang was wir schon gemacht haben und was man nicht das macht nämlich ganz so ganz schlau bin du hast das schön aber wie kommen wir denn hier hoch ich sehe einen weg da hoch nicht umsonst die Hälfte Lerbauer der Schilder und ich bin ein Zweck oder und ich bin nur nicht im Zweck sicherlich rumlaufen die zumindest nur ein Fasso aus und so hoch mit ihm das unteroffen ist und wir gehen einfach mal bei der Böse blumen hier hoch brauchen wir nicht, wir kommen eh bloß da drüben raus, aber hier auf dem einen Turm ist ja ein Pätschi, ganz oben drauf, da kommen wir so nicht hin. Ja Kollege, danke schön, ach guck mal, hab ich ganz vergessen, den wir ja noch gehen können. Erzählst du mir was? Lässt du mich rein? Okay, weit aus müssen wir die Feuer löschen hier, ich glaub nicht, dass das so richtig ist, ich glaub das ist das Ende von irgendwas und wir sind hier nicht richtig, da drüben gibt's noch was, da gibt's noch mehr, nix drin, ist denn das jetzt schon wieder her, oder bestimmt langen Rollern? Äh, so eine Höfe, eine Beine. Wieso geht das runter? Viel zu groß. Wo geht's denn hier lang? Alter, muss man denn jetzt? Pichiii! Du hast aber einen Knopf. Hilfe, Kapital B hat mich hinter diesen frauenhaften Plattform-Kurs gesteckt, ja. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr dieses Zeitschloss aus einem Wald. Ah, dann. Ab die, die du zieht. Äh, ich hab keine Ahnung wo es lang geht. Ah! Ah... was nur sie kommen dann wird sie nicht hoch ja 2 wo wir jetzt ewig gebraucht haben ging es relativ schnell es gibt uns doch mal einer bitte nicht nur einer von wie viel fünf oder so er hat er den mann der stunde komme hier wieder runter aber ich wir haben gucken mit seiner zeit und erstens die federn holen und zweitens Fortschritt an die Gästen nur könnte man noch irgendwas finden weil wir haben ja noch gar nichts weiter in diesem Level Ah, fall doch in die, fall doch nicht in die Suppe rein. Dankeschön. Was willst du denn? Ein Schmetterling für mich? Danke, danke, danke. Hm, ich sehe hier jetzt nichts mehr, schade eigentlich. Hm, wie soll man denn an den Rand kommen, wenn man rollert? Wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Jetzt wird das blöde Ding, ja und danach war es das ja schon. Ja, gut, ich dachte, wir finden hier vielleicht noch was. Na gut, dann nicht. Hm, na gut. So, ich wollte mir gerade schon was zu trinken, das werde ich mir jetzt eben ganz fix tun. Ich werde auch nicht rausschneiden, weil ich bin in fünf Sekunden wieder da. Wo ist das, aber... Ich werde auch nicht rausschneiden. so bin ich auch schon wieder aber erst mal noch ganz fix ein stück trinken so da geht es auch schon weiter wenn wir den mit jetzt nicht böse sind wir das jetzt nicht auf schreibeweg rausschneiden wo solange war es ja nicht ob ich es ist nicht zu lang ist gut dass eine blühe blühe die bringt uns nicht wir wollen wir sind schon wieder voll eigentlich wenn man so machen noch fliegen hier geht aber das gelockt so Mütter das klappt um wen habe ich denn da gehört wenn habe ich denn da gehört wir sind hier ja hallo ach so und er hat ja Hunger aber ich hab da gerade unten schon was gesehen die hier allein der geliefert so nein es also wie normales Wasser oh Gott das ist normales Wasser oh das heißt wir sind noch 1000 Sachen unter Wasser also ich hoffe nicht wir müssen alle da war es so lange will sie hin wo so mitnehmen was hier hat man da hat ja Hunger mein Kollege und da ist ja Bären das ich habe das das ich habe das ich habe die 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 zurück rüber auf die Insel das sind aus wie die Abkürzung zum Eingang dann noch mal dahin verheiratet noch mehr aber da bei diesen Taktel Monster Ding wird im Warnolder schon immer schon besiegt klar wird es ein letztes das tut noch was und machen müssen und man kommt da hin und ich würde jetzt erst mal wieder um hier laufen und er hat mir unter Wasser ich muss hier ich habe da was gefunden ich habe da was gefunden was rausgefunden haben wir dann auch gleich in der welt bei den letzten kollegen befreien genauso wie wir gerade das ding aufgemacht haben das schalter wurde bitte nicht und leute nicht so eine rätsel die niemand das war jetzt das rätsel muss jetzt so zufall gleich in der richtigen reinfallen bitte nicht oder kann schmettern wir können das doch nicht immer wir sind an die Zeit und er wird ein Wuppen von Anfangen da d Prozent Prozent da haben wir in den letzten Prozent meine Güte ich glaube das war noch mehr jetzt lang bleibt doch nicht bei 5 er denkt sich denn so was aus Prozent Stiftung der Muster nicht nur Na gut! Nein, aber wir gehen mal wieder zurück. Halt mal los, wenn es oben ist. Na, na, Mann! Jetzt mal nach oben, wir fangen an. Nein, wir müssen losmachen, wir müssen unten los. Okay, okay. Oh! Wir müssen... Na doch, wenn es unten muss. Also jetzt. Na, komm! Na, sch... Scheiße! Wir machen die Neue. Meine Güte, ey! Wer macht denn sowas? Meine Fresse, ey! Wir haben gerade vorbei gesprungen. Äh... Wir machen die Neue. Na, treffe doch! Sch... Sch... auch jetzt geht es auch nicht gleich kaputt und ja ja Prozent Nr Zettel fast gehabt nach 8 ist da nicht wahr es ist so nicht ein glückblick blöde Steuerung ja so und nur mit der Kamerasicht macht sich ganz so easy Na shit oh man denkt sich denn so eine Milie-Spieler uns ist ein ja ja da okay 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 wir schaffen das alles kein Problem ja nein ah nicht getroffen fuck oh man oh man oh man oh man oh man oh man Vielen Dank.